Alexander Skarsgård, darum liegt er bei Berlinale plötzlich auf dem Boden. Auf dem roten Teppich wollen sich Schauspieler, Innen und Mitglieder, Innen der Filmcrew von ihrer besten Seite präsentieren. Denn die vielen anwesenden Kameras können schnell mal einen ungünstigen Moment festhalten. Doch diesen Druck verspürt Schauspieler Alexander Skarsgård, 46, anscheinend nicht. Bei der Berlinale möchte Alexander für seine neuesten Streifen Infinity Pool werben. Doch plötzlich liegt der Schauspieler regungslos auf dem Boden. Nicht das erste Mal, dass der Schauspieler bei einer Filmpremiere auffällt. Was er auf dem Boden zu suchen hat, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Goldene Kamerade.